So, hier fehlt noch immer ein Live- Zeig mal, was dein Peppel zu mir hat. Ich will mal gucken, wie mein Spiel noch sieht. Äh, so. Live-Milus gestartet steht, glaube ich, jo, das sieht man, denkst du? Warte, der Live-Team, jetzt ist er online. Dann sag ich einfach mal, jo, Freunde, was geht ab? Und hast du noch ein neues Video? Lass mal. Heute machen wir eine, heute machen wir eine Sky-Bars-Paris-Runde und, ich bin jetzt tot, und ich bin tot. Heute machen wir eine Sky-Bars-Paris. Wo bin ich denn jetzt? Jo, hier in der Nacht sind. Nee, Max, du musst mal sterben. Was hast du für ein Stuff? Ich? Nachts ich trinke. Warum muss ich sterben? Wie geht's? Dann schaffe ich jetzt hier im Wasser. Ey, Alter, kann man die überhaupt noch mal hoch, oder? Oh, ja. Oh nein, Max. Oh. Jo, was halte ich denn für Stuff? Ich habe hier so trinken. Ich habe irgendwie noch Erfahrung bekommen. Oh, das habe ich. Kannst du aber fahren? Er, Max, weiß, was ich mache. So. Oh, hier oben ist eine Truhe. Was ist da drin? Geben, da musst du jetzt alles aussammeln. So, Freunde, ich gehe jetzt schon mal los. Dann geht durch irgendeine Tür dort, die zu ist, durch eine Fichtentür, und dann geht los mit der Skibars-Paris-Runde. Jo, ich fliege runter. Da, wo die Tür noch nicht offen ist. So, hier ist schon mal eine Truhe. Warte mal, ich glaube, ich, da, da, bitte, 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 Freunde, warte, 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 Freunde. Freunde, 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 das, das, das kann, das darf ich leider nicht nehmen. Das habe ich leider von der Mitte. Ja, also, dieses Live-Video wird bestimmt viele Likes haben. Was denkst du? Auf. Auf. Ja, ja. Ja, ja. Jo, wie viel Stuff jetzt das ist. Hä? Hä, das ist voll eine Bullshit. Hä, guckst du auch zum Schaffel, oder was? Nix, nix. Hauptsache, die, 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 die. Ne Bullshit sagt ja immer Tom Schaffel, der dich ja schon vor uns gezeigt hat. Naja, Freunde, ähm. Hab ich einen Helm? What the heck? N. Yo, what is that? Äh, so. Freistig. Max, sei mal nicht so frech. Ich habe das sogar nicht gesagt. Nö, nicht. Nö. Ich habe es euch auch nicht gehört. Ohne Witz. Von Marvin Hitz. Wer in der Bade von den Witz? Äh, so. Freunde. Ähm, es ist manchmal so, dass der Livestream eigentlich schon gestartet hat und es noch gar nicht mal online ist. Und wenn ich dann den Livestream aufgehört habe, der dann erst online ist, das ist ein bisschen komisch, finde ich, Max, ähm, ja, findest du das auch? Nein. Das ist komisch, dass das Live-Video immer so spät kommt. Mhm. Es müsste eigentlich jetzt schon sein. Ey, ich warte mal, wenn ihr Hashtag Team hinschreibt, einfach mal. Okay, ich glaube, da hat jemand Hashtag Team geschrieben. Okay. Ähm, jo, Wie lange dauert das denn noch? Max, ähm, sag mir mal, wie viel, wie guten Stuff hast du so? Richtig fresh. Und? Das war, das war der coolste Stuff, den speziellen Schreiber hatte am Anfang. Am Anfang. Ja, bei mir irgendwie auch, denn ich hab hier zu viel, Alter, ich kann hier gar nichts weglegen. Ich hab, ich hab so, ich hab so, wenn man alles aus einer Truhe nimmt, hat man wie Backup, wirst du, ne? Ja, ich hab so viel, ich hab so, ja, warte mal, ich hab über, Ich bin die ganze Zeit in der Mitte. Hast du dir schon die Rüstung eingeschaut? Ja. Ne, Freunde, ähm, Oh, ne, ich hab wieder diese Scheißpaste. Ja, hab ich schon die ganze Zeit. Ich hab über 300 Goldäpfel. Kekse? Hm? Jo, die haben man schon jetzt Schärfe, Schärfe, Rückstoß, Schärfe, okay, Geschwindigkeit, Bogen, nehm ich ihr jetzt nochmal mit, oder das reicht schon irgendwie gut. Was ist denn da für Bullshit hier? Ja, Max, es ist, es ist halt so. Ich hoffe, wenn deine Sterbe fliege ich wenigstens nicht runter. Ja, du fliegst immer runter. Einfach mal, man muss sagen, du fliegst immer runter. Ja. Ist das das Richtige? Sofort. Ähm, wo sind die? Ja. Ich bin ready. Ja, aber der Kampf beginnt noch nicht. Oh, Jo, hier ist einfach ein Diamant hinliegen. Ach ne, das war meine. Jo, hier kann ich ja verzaubern, aber ich muss nichts verzaubern. Hier kann ich auch was abbauen. Ist gerne noch nicht los, ne? Hier kann man ja gar nichts verzaubern, weil man hat ja kein Lapis. Und Level habe ich auch nicht. Lapis kann man ja hier abbauen. Das siehst du doch hier. Wo? Ja. Ja. Lapis. So Freunde, unser Kampf. Komm Max, wollen wir heute der Kampf, dass der Kampf um, um, 17 Uhr ist? 17 Uhr. Hm, wow, ne. Wie Uhr ist es denn? Es ist 13 Uhr. Dass der Kampf, dass der Kampf in der, Applaus, in der siebten Minute beginnt. Ne. Ne? Doch, machen wir jetzt. Hallo. Ja, easy. Jo, was ist eigentlich auf dem Eiffelturm? Jo, auf dem Eiffelturm, Max, ist mir auch noch drin. Ja, aber wo kann man denn Farbenflächen trägen? Voll blöd. Was hast du? Ich habe, ich habe, ich habe nur richtig bessere Stuff als du, denke ich mal. Du, ich auch. Wow. Okay, was ist hier noch? Ich habe gesagt, ich war alt. Achso, ich glaube dann, ich auch. Wow. Okay, okay. Also Freunde, ich hoffe, jetzt geht es auch noch weiter. Ich hoffe, es ist so dumm. Oh Max, bist du schon auf dem Turm gewesen? Äh, das ist ja der, das ist ja der Paris-Turm, ne? Wie ist der? Ach, das ist ja der Eiffelturm. Turm der Eiffel, ungefähr. Das wird, glaube ich, so ausgeworfen. Glaube ich mal. so. Okay, ich bin glaube ich, ja, hier geht es noch mal, hier geht es noch eine Stufe nach oben. Ne. Geht es eigentlich los? Wann? In? Oh mein Gott, nein, ich bin so bekackert in der Birne. In einer Minute. Nein! Oh Gott. Ja, es ist halt so, ich bin bekackert in der Birne. Nein! Oh. Oh nein, was hast du getan? Oh nein, oh nein, oh nein! Tschö Rallymo! Kann man hier noch? Nein, hier ist nichts, Mann, das war alles umsonst. Oh, und, oh, hier noch die Special-Truhe. Der Kampf beginnt. Yep, siebte Minute. Wollte mal sagen, ja, ich snack mir jetzt erstmal hier ein Apfel und ich glaube, Max wird auch gleich kommen, deshalb ich spiele Highland Sieb. Nein, nein, ich nehme mal, ich spiele Highland Sieb? Nein, ja, habe ich auch gesehen gesagt. Ich habe ja hier einen Bogen, Freunde, und dann noch Pfeilerbrüche, ähnlich. Ja, was machst denn du die ganze Zeit da? Ich? Mhm. Ich glaube, ich gewinne, easy, denn? Hier war ich mal. Nein! Wissen du, jo, Mann, Jo, ist ab. Ich habe eine Spitzhacke. Nein, ich habe mich nicht mitgenommen. Ja, das ist komisch, dieses Battle. Du weißt nicht mal, wo ich bin, ne? Mhm. Was guckst du so? Hä, ich frage mich, ob das eine kleine ist. Ja, guck mal, nach vorne oder so, geh mal raus, vielleicht siehst du da mehr. Du weißt nicht? Ja, Alter! Nein! Als ob das wusstest du, ne? Ich habe dich erst viel später gesehen. Freunde, ich bin auf deinem Weg gelaufen, auch. Nur dann so, tschüss, roh, nimo. Jo, heute kommt. Nein, ich habe Rückschuss, ich habe Rückschuss, ich bin so dumm. Rückschuss bringt mir gar nichts bei so einem dummen Kampf. Oh, Schürfe, 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 oh mein Gott, nein, Hilfe! Oh nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, als ob. Freunde, ich sterbe, nein, warum, warum? Jo, ich habe nicht mal einen Goldapfel gegessen, hast du einen Goldapfel gegessen? Ich auch nicht. Warum, warum gewinne ich dann? Jo? Okay, Freunde, das war so ein Live-Video, wenn es gefallen hat, das sind dann noch und bei! Okay, ich bin... ... ...